Guten Morgen meine lieben Zuschauer zum heutigen JFD-Devisenradar am 8. Dezember. Ich grüße Sie ganz herzlich und wir wollen heute auf den Rohstoff- und FX-Markt schauen. Und ich habe Ihnen hier zwei Konstellationen mitgebracht, die hier eben sich gegeneinander beeinflussen. Das ist zunächst hier das WTI-Öl, das US-amerikanische Öl. Und wir haben hier den Chart auf Tagesbasis vor Augen und wir sehen, dass hier eine interessante Konstellation vorherrscht. Zum WTI passt dann auch entsprechend der Looney, das ist der US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar, der hier aufgrund seiner Eigenschaft des kanadischen Dollars als Rohstoffwährung, aber auch natürlich der US-Dollar als eben hier die Weltleitwährung im Rohstoffhandel sich hier sehr schön gegeneinander beeinflussen und hier sozusagen eine negative Korrelation vorherrscht, also grundsätzlich hier gegenläufige Tendenzen. Tatsache ist folgende Situation. Wir hatten hier beim WTI in der letzten Woche ein Ausbruchs-Setup, was besser hätte eigentlich nicht sein können. Wir haben hier gesehen, dass das WTI-Öl sehr stark am 30.11. und am 1. Dezember hier nach oben schoss, dann zu Beginn des Dezember sozusagen hier versuchte, die Hochs vom Oktober und insbesondere hier vom Juni rauszunehmen. Das war hier eine Art Doppeltop inklusive negativer Divergenzen, negativer Divergenzen, so rum. Wir hatten das hier auch relativ gut auf dem JFD-Desktop einfangen können, der im Übrigen, wie gesagt, hier sozusagen jederzeit abrufbar ist. Nachher auch mit Jens Klatt zum Morning Meeting, 10.30 Uhr jeden Tag. Heute gab es schon mal ein Short-View auf den DAX, aber wie gesagt, hier gab es auch eine Einschätzung zum WTI im Sinne des Doppeltops, was wir sozusagen dann hier tatsächlich auch ausbildeten. Es ging dann entsprechend runter. Wir haben hier im Bereich um 43, 50 Dollar je Barrel hier im Boden gefunden. Eine schöne Hammerkerze am 14. November ausgebildet und seitdem ging es nach oben. Und hier dann eben der schöne Ausbruch, der sich im Sinne eines Pullbacks hier durchaus hätte weiter fortsetzen sollen. Das ist aber nicht geschehen und deswegen müssen wir die Situation jetzt mal hier neu einfangen. Sieht nämlich, wie gesagt, technisch etwas schwierig aus. Rein saisonal hätte WTI, und da sehen wir hier mit der Beschau auf die kommenden 20 Tage, einen kleinen Pullback vollziehen können, ja, aber von diesem eben abprallen müssen, um dann hier sozusagen im weiteren Dezemberverlauf nach oben zu streben. Das ist leider nicht geschehen, wie wir sehen. Die letzten Tage und auch heute sind mit Verlusten geprägt. Und da lässt sich jetzt eigentlich nur eins feststellen, dass, wenn wir hier dieses Widerstandslevel um 51, 50, 52 Dollar je Barrel nicht wieder überwinden, bleibt der Markt Shorty. Das heißt, wir haben im Prinzip hier einen Fehlausbruch gesehen. Unterhalb dieses Niveaus geht es jetzt sehr wahrscheinlich in Richtung 47, 50 etwa. Also hier auch in die Fibonacci Retracements rein, die wir jetzt mal ein Stück weit anpassen. An das letzte Hoch und Tief sozusagen. Moment, da haben wir es. Und dann haben wir hier so ein Stück weit eine Vorgabe, wohin die Reise gehen könnte. Grundsätzlich hier mit dieser Tendenz des gescheiterten Ausbruchs und dieses jetzt dann auch sich darstellenden Dreifachtops sind hier, wie gesagt, kurzfristige Rücksetzer entgegen der Saisonalität möglich. Hier könnte nur helfen, wenn wir eben deutlich über 52 rausziehen, dann haben wir die Situation, dass sich dieser jetzt sich darstellende Fehlausbruch dann eben doch nicht umsetzt. Dann sollte es hier weitergehen in Richtung 58, 50, 59 Dollar. Das wäre dann auf jeden Fall das Szenario, wohin es gehen könnte, weil es sich auch schön ableiten hier aus einer früheren Stauzone. 58, 58, 50 wäre hier auf jeden Fall ein erstrebenswertes Ziel, wenn es nach oben geht. Danach sieht es aber kurzfristig nicht aus. Scheint wie gesagt so, als würden wir hier doch nochmal einen Rücksetzer sehen. Also WTI-Öl entgegen der Saisonalität und entgegen dieses Ausbruchs, welches, oder des Ausbruchsszenarios, welches sich hier in den letzten Wochen darstellte, jetzt hier doch eher ein Stück weit, ja, südlicher aufgehangen. Gut, vom WTI-Öl gehen wir jetzt zum US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar und hier liegt eben die Korrelation vor, die sich auch sehr schön hier hat ableiten lassen im Handelsjahr, oder besser gesagt in den Handelsjahren, und dann der Ölpreis-Korrektur hier der US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar natürlich klappt, profitiert auch insbesondere vor dem Hintergrund, dass der US-Dollar natürlich auch hier seit Mitte 2014 hier einen enormen Boost erhielt. Wir haben hier eine schöne Untertassenformation auf Wochenbasis, die sich hier Wochen-Monatsbasis darstellte, also mustergültige Auflösung, hier praktisch diese Untertasse, hier so der kleine Henkel-Schwupp und dann ging es hier massiv nach oben. Das eigentliche Kursziel hier im Bereich 1,22,50 wurde unlängst oder umweiten dann auch überwunden. Und ja, knapp über 1,45 war dann Schluss mit der Party. Und im Sinne des Ölpreis-Anstiegs geriet dann der US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar Anfang 2016 unter Druck. Also hier der kanadische Dollar profitiert von der Ölpreis-Stärke, der US-Dollar dann hier entsprechend mit einer gewissen Schwäche. Und so ging es dann praktisch von oben nach unten. Und das haben wir hier sehr schön gesehen, dass die Korrelation sich hier in 2016 gerade zu anfängen, des Jahres 2016 weiter fortsetzte. Und ja, massiv praktisch hier der US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar an Wert verlor. Er hat sich dann hier im Bereich 1,28 gefangen. Er lässt sich hier auch schön ableiten aus früheren Hochs. Im Bereich der Finanzmarktkrise hier eben um 1,28, 1,27,75 gab es hier eine Stabilisierung. Dann hatten wir hier ein aufsteigendes Dreieck. Es erfolgte auch der Ausbruch. Und jetzt sehen wir hier den Rücklauf. Das ist eben eine spannende Situation auf Wochenbasis. Grundsätzlich, wenn WTI fällt sozusagen, der WTI-Preis, sollte hier eigentlich der Luni aufdrehen. Grundsätzlich sieht das technisch jetzt so aus, dass wir hier kurzfristig noch ein Stück weit hier in diese Zone um 1,32 eintauchen könnten, um dann hier durchaus wieder aufzudrehen. Also auf Wochenbasis ist praktisch das Setup hier beim US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar bullish, was ergo dafür spricht, dass der Ölpreis eigentlich korrigieren müsste, beziehungsweise weitere Schwäche zeigt. Das hängt hier auch maßgeblich vom Dollar ab. Wir werden sehen hier, gerade wegen Trump in den USA, wie wird sich der Dollar im Jahr 2017 schlagen. Wir haben ja beim US-Dollar-Index auch einen großen Ausbruch gesehen über die 100-Punkte-Marke. Ganz, ganz interessant werden wir die Tage auch nochmal beleuchten. Hatten wir auch gestern im JFD-Devisenradar ein oder ein vielmehr ausführlich diskutiert. Der US-Dollar-Index auf jeden Fall ein Blick wert, gerade fürs Jahr 2017. Grundsätzlich hier, wie gesagt, die Situation, dass auch der Luni kurzfristige Schwäche zeigen könnte, was für einen Ölpreis selbst gesprochen eigentlich von der Stärke sprechen sollte. Da sehen wir heute ja die Korrelation nicht wirklich so 1 zu 1 passend. Hier aber auch die damalige Konstellation dessen, dass der Luni grundsätzlich hätte weiter aufstreben können. Das ist auch nicht geschehen. Also hier wirklich ein Stück weit verworrenes Chart-Bild. Tatsache ist, mit dem neuen Mehrwochentief, was wir jetzt gesehen haben, kann der Luni, und das leitet sich hier eben am Tagesschart ähnlich wie auf dem gerade eben gesehenen Wochenschart ab, hier durchaus noch eine leichte Schwäche leisten hier in Richtung 1,31. Beziehungsweise hier sind wir eben bei 1,32 schon an einer Supportzone. Vielleicht hier so ein paar Dips drunter und dann sollte es rein technisch wieder nach oben gehen, was den Ölpreis grundsätzlich unter Druck setzen sollte, weiter unter Druck setzen sollte, weiter unter Druck setzen könnte. Kurzfristig gesehen wäre es sogar möglich, dass der Luni hier direkt von diesem Unterstützungslevel ausgehend hier im Bereich 1,31, 85, 1,32 anfängt anzusteigen. Das wäre hier praktisch dann der direkte, also den Punkt mal wegmachen, der direkte Plan B. Luni, sozusagen im Sinne des bullischen Setups, dass der hier für steigende Preise spricht. Also wenn der US-Dollar mit dem kanadischen Dollar anzieht, sollte Öl zur Schwäche neigen und mit dem Fehlausbruch gerade sieht das eigentlich ganz gut aus. Also ich würde es sogar mal eher so skizzieren, dass es in Kürze nach oben gehen dürfte und das Alternativszenario ist, dass wir hier nochmal ein Stück weit tiefer gehen, aber grundsätzlich sollte der Luni hier in einem bullischen Bias bleiben. Es sieht wirklich gut aus. Für den kurzfristigen Intraday-Bereich habe ich für euch auch noch was beim Luni. Neben dem, dass die Saisonalität wiederum beim Luni, schön, dass es gerade nochmal aufgeploppt ist, negativ ist. Also da ist auch die Korrelation schön zu sehen. Wenn das Öl steigt, fällt der US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar rein tendenziell, kann sich dieses Jahr aber wie gesagt umkehren. Die Saisonalität ist ja hier auch kein Gradmesser für Garantien, sondern einfach nur eine Indikation der vergangenen Geschehen ist. Und grundsätzlich eben hier eher schwach zum Jahresende der Luni und das WTI stark. Kann sich diesmal aber anders darstellen. Heute für die Intraday-Beschau beim Luni und dann sind wir auch schon gleich durch. Gehen wir mal kurz in den Stunden-Chart. Wir sind unterhalb des Pivot-Points, das ist schlecht. Da muss man schon drüber, damit das hier irgendwie ein Stück weit bullisch wird. Tatsache ist, wir haben eine positive Fuzzi-Vektor-Logik heute. Trefferquote 70%, Erscheinungshäufigkeit 67 mal, verspricht hier in etwa eine Performance von 0,4% am heutigen Tag. Das Tagestief hätte eigentlich bei 1,32,48 liegen sollen. Da sind wir schon ein Stück weit tiefer gegangen, rein vom Pattern her. Aber es verspricht sich eben hier Potenzial in Richtung 1,33. Und wenn wir jetzt die 30 Pips abziehen rund, dann sind wir hier immer noch im Bereich dieser gestrigen Hochs sozusagen. Und da könnte er theoretisch nach der heutigen Fuzzi-Vektor-Logik auch hinlaufen. Aber wie gesagt, überzeugt mich nicht so richtig. Wir haben heute den EZB-Termin. Drum auch mal ein ganz anderer Schwenk auf WTI und US-Dollar-Cut, die ja so grundsätzlich mit der EZB nicht viel zu tun haben. Wir werden am Nachmittag aber das oder den EZB-Event sicherlich nochmal auswerten. Ich sage auf jeden Fall erstmal danke fürs Reinschauen jetzt beim GFD-Devisenradar. Ich hoffe, Sie können ein bisschen was an Infos mitnehmen. Wenn ja, der Like ist immer schön bzw. positives Feedback. Und ansonsten wünsche ich Ihnen jetzt erst nochmal einen guten Ritt in den Donnerstag und aufgepasst, was zur EZB passiert. Bis dahin, beste Grüße, Ihr Christian Kemmerer und Tschüss.